Willkommen. Sie sind jetzt Teil der Internationalen Häftlingseinheit. Ich bin Direktor Hobbs. Wo ist Direktor Marsch? Es gibt keinen Direktor Marsch. Was, bin ich desorientiert? Ist es das? Mr. Portos, Ihre Aufnahme ist abgeschlossen. Warten Sie! Mein Evakuierungscode lautet 310275. Evakuierungscode? Ja, Evakuierungscode. Das bedeutet, Sie geben mir eine Nummer und Sie flattern hier raus. Frei wie ein Vögelchen. Das glaube ich nicht. Sie sind jetzt hier. Und deswegen gehören Sie mir. Ihre Aufnahme ist abgeschlossen. Warten Sie, warten Sie. Ich habe einen Evakuierungscode!